und damit herzlich willkommen zurück liebe leute bei let's platin this war auf meine little ones auch gleich wieder an ja ja weiter geht's heute auch noch mal mit mir holger hat zwar gelesen reagiert damit ich drauf ich schätze mal aber noch pennen weil er war wieder 33 wach ja von dem her klar lassen wir mal lieber pennen da dann mal einfach jetzt das hier weiter mal gucken ob es vielleicht auch gut hinhaut auf platin möglich wäre sage ich jetzt mal je nachdem natürlich wie es klappt ja müssen wir mal schauen ja wir sind ja genau hier stehen geblieben bei tag 8 22 sind ja dann noch to go für die eine story hier mal du kennen wie das hier das ganze wird genau nacht war ruhig das wissen wir ja schon noch vom letzten mal so was jetzt mal ausprobieren wollt jeder kann nichts machen okay so naja ich habe nicht mal geguckt ob ich da ja das veranlassen kann dass sie mit dem kind spielt aber das geht aber mit dem setup da nicht gut naja man man nein so genau einmal das noch mal so äh sehr hungrig sehr hungrig hungrig recht verletzt traurig spielt und sehr hungrig müde hm naja machen wir uns auch so was zum essen bzw der ist jetzt erstmal kurz was so ja dann kann der ja eigentlich gleich noch mal weitermachen könnt ihr zwei herstellen warum nur zwei ja so ja wegen dem gemüse naja ist besser wie nix macht er das schon mal die spiel noch der ist nur hungrig gut passt da gucken wir mal hier irgendwas herstellen können oder verbessern können so geht das jetzt zufälligerweise noch mal nein ein brett das einmal teile das ist ein witz genau das geht da auch noch nicht da fehlt noch einiges na ein teil und holz okay naja so warte mal ne 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 warte 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 bevor du jetzt da hoch gehst nimm dir mal ne die ist nur hungrig gut dann ist die da der da äh achso das war nur das hier gut dann hat sich das hier erledigt äh so na komm gut der ist so noch hungrig die ist auch sehr hungrig ja gut sind auf jeden Fall schon mal die teile weg so warte kann man das hier zufälligerweise ja komm scheiß drauf verbessern wir jetzt den herr dass wir hier weniger zeugs zum herstellen hätten ha ja aber sonst können wir eh nicht viel machen ne ist hier ne bei übrigens kann ich auch nix na genau da fehlt jetzt jedes eine teil da gut der ist auf jeden Fall fertig ja da haben wir eigentlich noch genug ne doch nicht gar keins äh ja komm was soll's machen wir die zwei noch äh damit hier können ich nichts mehr machen geht das hier irgendwas nö fehlt ein Wasserfilter gut der kann sich aber ja selber na selber herstellen äh genau hab ich überall null ach komm was soll's dann machen wir das jetzt einfach mal so und der geht pennen alles klar die warten wir jetzt mal noch kurz ab bis ihr das fertig habt na Schimmel ähm ja ich hoffe halt dass jetzt alles sehr gut läuft dann ist das Ding heute platin okay heute wahrscheinlich eher nicht also null uhr technisch gesehen na das vermute ich eher nicht ähm aber alles weitere wahrscheinlich äh ja komm machen können wir ja eh nichts so Plünderer geht plündern die Blätschlafen die Blätschlafen die Blätschlafen ja das passt so was haben wir jetzt hier Menge Lebensmittel Menge Medikamente etwas Waffen na bringt mir groß nix äh Materialien ne ich brauche aber auch noch Teile äh zerstörter Wohnblock gut da brauche ich aber die Säge ne vor dem her bringt mir das auch aus mal nix Menge Teile etwas Materialien brauchte ich hier aber nicht auch irgendwas möglicher Handel okay ja gut die Niederbrechstange könnte ich nützlich sein ach scheiß drauf schauen wir einfach mal vorbei in der Hoffnung dass wir da irgendwas reißen können äh jo schauen wir da einfach mal hin da war ich ja eh noch nie im Supermarkt und daher mal schauen äh oh ich bin live oh cool mal wieder so ich bin hier nicht allein aha da sei auf jeden Fall der Waffen das ist schon mal nicht gut äh ja da nehmen wir alles mit ne Holger hier pennt also zumindest reagiert er nicht also ähm er hat aber eh gemeint hier dass er äh da wie war das jetzt hier seit halb drei wieder wach ist oder halb vier oder irgendwie sowas in dem Dreh war er wieder wach von daher nope okay kann mich bloß wieder hier verstecken gut wenn ich jetzt die Krifte hätte ne würde ich ja den eiskalt umballern ja naja ja das hat auch vorher noch nie die Nachricht gelesen aber ich denke mal hier der ist zu kauer ja gut er schiebt alles auf seine Tochter ne dass ich da schuld wäre äh tschuuu nä äh nä naja aber Holz und sowas hat's hier nicht ne nur halt die Teile hm Mist das ist doof na da kommt das auch nicht hoch gut dann machen wir es halt so es ist aber echt scheiße dass es hier kein Holz hat hm ich habe jetzt echt keine Lust hier diese Typen da anzugreifen aber ich weiß ja da nicht wie das endet hier ne na das verdient mal in Ruhe zumindest mal noch äh da kommen die nicht mal noch mit aber das ist schon schwierig ne Teile hätte ich dann schon mal genug gut hier war ein Dietrich hm ja das ist echt für den Hintern ja der Supermarkt ach Mist okay hier ist jetzt Holz ähm dann lassen wir jetzt äh ist doof ja komm die lassen wir da mal weg machen wir das zumindest mal einmal rein alles klar ja reicht gehen wir schade so schön wie der neu ist der Supermarkt aber in meinem Fall hätte ich hier zu dem Baumark müssen naja moin Thomas ach hier Thomas was mir gerade so weit fällt wie hat eigentlich hier Frankfurt gespielt ich glaube gegen Wolfsburg war das ne ja 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 dann geht Thomas na mal schauen hier was hier es da so gibt so aber irgendwann müsste es doch manchmal funktionieren hier auch mit der Seinfeld hier mit ihr hier ok nur hungrig und gemüde ah Holz und Teile und hat jede Menge das geht auch nicht hm ja komm ich stelle es war auf jeden Fall nochmal zwei niedrig hierher na komm machen wir gleich drei äh mit Absicht verloren weil ich weiß was Retortengeld vor allem in der Liga ist ja ja gut rausgeredet ja so Alter 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 wo gab es denn wo gab es denn das nochmal mit hier da überall hö habe ich es nicht hergestellt ja ist nämlich echt doof was doch Leokuse muss weg ja das ist aber echt gewaltig bitter für die ei 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 so ist jemand an der Tür ja ja Moment so na komm also was haben wir denn jetzt hier zum Loswerden die Pistole garantiert nicht genau Schnaps so wir brauchen auf jeden Fall all jene Menge das hier was nein der weg gut wir können uns einigen ne ne oh echt jetzt äh handeln so Moment können wir gleich nochmal weitermachen ne wer hat der noch das hier ein bisschen mehr äh oh Gott haben wir denn alles weggekauft ja passt gut lustiges Frankfurt kann Platz 7 noch schaffen ja kann na aber ob sie es machen ist was anderes so es fehlen echt nur noch vier Teile den Rest hätte ich hier für die Fortschritte hier zumindest ist so und daher fehlt immer noch einiges Gott oh Gott oh Gott ähm okay können die Löcher und Fenster im Gebäude mit äh im Gebäude mit Brettern zunageln Leute frag ich's was das groß bringt ne hm ach scheiß drauf probieren wir es einfach mal mal gucken was die jetzt macht zwei Trophys noch dann SD auf 100% SD ach komm das ist leicht verletzt geht mir schon die ganze Zeit hier auf den Piss oh ich hab gar keine Bandagen der ist schlecht ja komm dann spiel doch weiter so das hat ich SIA gemacht ne Asia GTA aha naja das könnte ich so weitermachen ah ne scheiß drauf ähm ja das könnte man eigentlich nochmal machen hol ne dauert die Hand ab gut haben wir jetzt irgendwas wichtiges wo wir müde der pennt wo wir gleich verletzt kann man nichts machen Gott ah so der hier wieder Plündern mit Schaffen mit Schaffen passt also Menge Teile Menge Lebensmittel nein 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 kurz jetzt hat jemand eingezogen und hat verloren als dass er oft für der Tauschhandel ist äh ach Sleepy doch ach lol ja jetzt sag's doch gleich äh Menge Teile Menge Materialien naja da komm ich ja auch nicht rein ne ach ne scheiß drauf gehen wir da nochmal hin dann seh ich es da nochmal sicherlich sag ich auch mal noch das und das mitnehmen ich glaub das war das mit dem Sägeblättern äh Quatsch Sägeblättern ist jetzt da nur die Frage ah ne doch nicht was ich jetzt hier ja äh das Ost ist auf Level dass es sinnvoll ist naja zu lang und nicht breit lol oh man naja die nochmal mit Wasser in meinem Keller alles klar ah siegste ich wusste auch irgendwas die Dietrich hier mitnehmen so na toll nehm wir die auch nochmal mit hm gab's hier nochmal irgendwas wo ich einen Dietrich brauche ja ideal die Metabler ist frei hä oh ja so jetzt darf das aber soweit passen wobei ich dann echt denke ne die Kräutermedizin lassen wir nochmal noch da Bandagen wär nice aber ich glaub die find ich ja nirgends ne ne nicht wirklich ne aber Rucksack ist jetzt eh voll ne ja war hier nochmal wat ja hier ne aber auch nix gut alles klar so das darf uns auf jeden Fall upgraden können ich brauch ja genau für die Sägeblätter brauche ich hier die Werkbank auf Schuhe 2 äh Metallbank Schuhe 2 ja und für das Restliche um dir alles beizubringen brauche ich hier die Werkbank auf Schuhe 3 ja so und wir wurden ausgeplündert jawoll einmal essen einmal Tabak oh Iska oh oh Huchala wer war das Alex Kalkos ich hab dich richtig ausgesprochen Servus Dankeschön äh verletzte okay das geht ja noch solange es nur verletzt ist also muss ich echt gucken dass ich Bandagen irgendwo herkriege das heißt nächstes Ziel definitiv irgendwas mit äh Menge Medikamente sonst wird das eng mit der höp gut sehr hungrig sehr hungrig der auch die auch nur alle ne äh alles klar ja liegt es mir da achso stimmt ich hatte ja hier äh nix zum verbrennen geht es zweimal würde noch gehen sehr schön dann machen wir das hier einmal zwei genau das das war lustig ist klar ja man 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 das hier echt diese scheiß ist hoffe ich nicht auch glaubt so ja komm es du schon mal was so einmal kurz die obwohl ne schmarrn machen wir es ihnen ja dass er sich schon mal hinlegen kann es ist jemand an der Tür ja kann gar nicht so wir haben schon mal das hier noch weg äh 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 eigentlich wir haben die Stadt verlasse als das noch möglich war wenn du mir hilfst reinzukommen können wir das wertvolles finden was sagst du dazu eine sekunde weil die macht das so nicht wenn sie sehr hungrig ist außerdem vielleicht verletzt ist wahrscheinlich auch nicht so klug Achso, Moment. Äh. Gott. Dann machen wir gleich einfach ihn, ja? Den schicken wir dann los. Bist du als der Vater, aber ist egal. Jopp. So. Ich brauche Bandagen. Kacke. Warte mal, geht das? Ähm. Ja, komm. Machen wir die schon mal auf Maximum Level. Dann haben wir zumindest schon mal dat. Ja, genau. Sobald sie das hat. Mal gucken, ob wir sonst was herstellen könnten. Andererseits. Jetzt geht's wieder los. Wir plündern. Medikamente. Ach, Mann. Gut. Ah, guck mal. Können wir sogar herstellen. Äh. Warte mal. Für das Ding war es ein Mixer, ne? Jopp. Jopp. Ein Mixer. Und jede Menge wieder Holz und Teile. Gut. Die brauchen wir aber auf jeden Fall auch aus. Machen wir es mal hier in den Mixer. Ja. Genau. Hm. Aber ja, eigentlich. Ich finde, da habe ich ein paar Bandage gebrochen. Tatsächlich. Äh. Ja. Na komm, zieh durch. So. Aber Moment. Das hier geht nicht zufälligerweise, ne? Nö. Oh je. Oh je. So. Das hier war jetzt in dem Fall aber auch nicht schlecht. Das hier jetzt schlapst zu reinem hochwertigen Alkohol. Ja. Oh ja, was war das hier? Äh. Ja komm, die machen wir auch gleich. Brauchen wir ja hier auch. Sehr schön. Guten Abend, Abdroos. Na? Alles fresh. Äh. Ah ne, jetzt schmarrn wir es auch hier. Na, geht gar nicht. Nein. Gut. Dann mal kurz abwarten, bis das Mehl gekocht hat. Jupp. Und schwupp. Äh. Genau, Plündern, Bett schlafen passt. Also. Nein. Nein. Etwas Medikamente reicht mir nicht. Wo waren das nochmal? Ah, da. Da ist natürlich hier. Menge Medikamente, Menge Lebensmittel. Menge Teile. Ja, komm. Einmal das, einmal das. Los. Ah. So, bevorzug Bandage gucken. Sonst wird das ernsthaft schlimm hier. Äh. Hier ist bestimmt wie immer nichts, ne? Oh, doch. Loll. Okay. Also ist das auch immer random, was hier drin ist. Ja, komm, nehmen wir den erstmal mit. Ja. Fangen wir erstmal hier an. Ja. Ja. Wird spiel gerade Call of Duty Mono Warfare Remastered. Nice. Hat mir auch schon gewaltig oft überlegt, ob ich sie mehr holen soll. Aber. Weiß ich auch nicht. Zu viele Games hab ich noch. Ja. Nehren wir die komplette Pistole auch noch mit. Hä? Hilfe. Ja. Gut, der kack ist natürlich jetzt, wenn ich die jetzt ausblender. Dann sind sie alle wieder Depri. Oh, nice. Eine Bandage zumindest schon mal. Oha. Okay, auf jeden Fall das hier und das Gemüse. Wasser. Okay, hier ist sonst nix. Ah, ist auch abgeschlossen. So. Okay, das geht nimmer. Was haben wir denn da? Vier Stück. Okay, alles klar. Passt, reicht das mal? Ah. Ach, die können jetzt immer mit dem Zweier-Stack ist da höchstens. Bäh. Naja. So. Oder was haben wir sonst so was sinnvolles? Äh, sinnloses? Ja, eigentlich die Bücher, aber. Hm. Na, gut. Drei Bandagen. Alles klar. Ja. Von, was spielt heute 58 Jahre nicht meist remastered. Hahaha. Das ist eine Prozedur als jedes Jahr. Hahaha. Ja. Tja. Oh, Mann. Tja, mich hat's aber ehrlich gesagt gewundert, dass Bayern überhaupt gewonnen hat. Weil die Meisterschaft ist ja eh durch. Da bauen sie ja normalerweise gewaltig ab. Aber, naja. Wobei es auch nur 1-0 war. Ist eigentlich theoretisch gewaltig abgebaut. Wie wird es diese Leute da gehen? Ja, scheißegal. Okay, er kriegst du halt Zucker und Kräuter. Ja. So. Ja, also die ist, glaube ich, das gleich mal verbinden. Nein, bleibs hier. Nein. Und da. Ja. Hungry, 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 traurig, müde. Oh, ist klar. Dann gehst du. Nee. Gehst du pennen. So. Dann dusch das mal irgendwas her, was sinnvoll ist. Ah. Moin, Stamex. Nope. Nee. Ja, komm, einer ist schon mal besser wie nix. Na, das war's halt sehen mit denen, ne? Äh, ja. Wenn ich sagte, der Vision 9 ist geil, weil PSS ist da im Angebot für 20. Äh, da wollte ich meinen, für 20 mach's eigentlich nix falsch. Wo ich jetzt war so mal, weil so schlecht ist es jetzt dann auch wieder nicht. Gut. Na, komm, die schicken wir uns auch ins Bett. Mein Magen, Knurrt. Mach nix. So. So. Gut. Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Kann da nicht klagen. Ha. Nur, dass ich keine Teile hab. Aber sonst geht's mir ganz gut. Ja. Na. Ach, warte. Geht das jetzt wenigstens? Nö. Ah, ist doch scheiße. Nope. Hm. Nee. Ja, gut. Das war's eigentlich schon, ne? Ja. Höp. So, ne Misti. Alles klar. So, ihn schicken wir uns wieder plündern. Bett schlafen, Bett schlafen. Bei ihr wachsen im Schlafen. Genau. Ähm. Baufälliges, besetztes Haus. Menge Lebensmittel, medizinische Medikamente. Nö. Menge Materialien. Ja. Ja, komm. Gehen wir nochmal da hin. Und los. So. Bretter, Teile, wie immer. Na. Das teilen wir als 2 für 30. Also, wir haben das alle größte, also um die 24 Euro bekommen. Also, ich 19. Ich glaub, Schimmel 21. Und Gamer 22, glaub ich. Oder 23. Na. Also, 30. Neu, oder wat? Also, gebraucht? Nein. Gebraucht ist zu teuer. Ach, komm, nehmen wir das erstmal mit hier. Hä? Hä? Wo lief denn der jetzt? Oh Mann. Ah. Gut. Ach, Sägeblatt. Ich glaub, ich muss das echt mal machen, ja? Im Store. Äh. Also, ich würde da persönlich jetzt meinen, eher dann nein. Ist zwar klar, neu, ne? Hä? Äh. Aber. Ja, zumal kann sie das nicht verkaufen. Für den Preis. Und als wortens gebraucht. In Ebay ist es günstiger. Gut, man schlussendlich musst du es wissen, ne? Aber, ich würde es in dem Fall für 30 nicht machen, für den Store. Wenn sie im Store für 15 wäre, dann ja. Bei 15 Euro, sag ich mal, ist ein guter Store-Price. Pro. Store-Price. Ähm. Genau, Store-Price. Aber, alles drüber wäre mir zu teuer. Weil ich es halt immer mit Ebay vergleiche, ja? Was die Dinger auf Disk kosten würden. Und dann wäre mir das da dann zu teuer. Ah. Ne, ich mach alles da wieder weg. Schere zwei Freunden. Okay. Ja, okay, ja dann. Wenn die dafür auch was zahlen, dann geht's. Sag ich jetzt einfach mal so. Ne. Oh, okay. Dann fliegt das hier nochmal raus. Und das auch aus Mal. Äh. Jawohl. Das weg. Da mach ich auch aus Mal genug. Ich brauch echt aus Mal hier Basismaterialien. Sonst komm ich hier nicht weit. Die werden aber auch nicht verkehrt. Ah. Ja. Wenn ich hier nochmal welche finde, dann ist gut. Wenn nicht, lass ich die hier drinnen. Hm. Nope. Aber hier muss ich echt nochmal hin. Moment. Moment, momentan bin ich im Lostop für 150 Pokal. Lol. Meinst du, das schaffst du ja, oder? Du kriegst den, dass du leider gezogen wirst. Jawohl, wer will das Spiel schon sehen, ne? Ha. Hm. Oh Mann. Ja, pass. Komm, hau mal ab. Da, hau mal ab. Hä, renn doch. Renn. So. Hm. Also ehrlich gesagt, hoffe ich es ja eher für Frankfurt, ne? Dass die gewinnen. So. Logisch. Eigentlich. Äh. Näh. Okay. Ja. Ja, geht aber. Sehr hungrig. Wer hat das gedacht? Da freue ich mich jetzt echt hier. Alle Bayern-Fans sind bisher für uns. Klar. Ist logisch. Hahaha. Nein. Was rennt denn die immer dran vorbei? Ist er? Genau. Ist hungrig. Sehr hungrig, sehr hungrig, sehr hungrig, sehr hungrig. Gut, dann fangen wir jetzt auch so bei ihm an hier, dass er ins Bett kann. Na komm. Ähm. So. Ja, also du gehst jetzt ins Bett. Und du schaust, wenn du irgendwas baust. Hm. Da müsste ich gleich nochmal gehen. Wobei ich jetzt erstmal zwei von denen hier da herstelle. Ist nur hungrig. So. Meine Freunde kaufen auch ein Spiel auf meinem RK und deswegen habe ich 70. Ah, lol. Hahaha. Loll, Thomas. Hahaha. Hahaha. Das ist nice. Oh, Mann. Gut. So, warte mal. Jetzt haben wir jetzt mal das. Das kann dann gleich die Kleine machen. Äh. Oh, Destillateur. Hm. Oh, die sparen es erstmal auf das für die eine Trophy dann. Wurde ja eigentlich eine Auswahlreich, ne? Hä? Hä? Oder immer das für die Kleine. Die Spielzeugkiste. Teddybär, Puppen, Flugzeuge und Autos. Und sogar Spielzeugsoldaten. Jawohl. Hm. Ja, gut. 6, 4, 6, ne? Das riecht dann auch nichts mehr raus. Ja, komm. Höpp. Machen wir hier mal eine Spielzeugkiste. Ah ja. Hungrig ist der ja auch. Ja. Hehehe. Ja. Oh, ist der hungrig? Genau. Ja, komm, dann mach dir das halt. Jupp. Und ja. Mach dir Wasserdinger wieder an. Höpp. Gut. Ah, guck mal. Hehehe. Nice. Will ich mal die Spielzeugkiste testen? Hehehe. Ja, cool. Gut, kommt gut an. Äh. Du isst was. Hongrig, hongrig. Unter 50 Teuk jetzt für 25.000 Mitglieder. Hm. Das geht aber. Alter, bist du ja als Bayern-Fan schlechter dran. Bei welchem schlechter dran? Ich habe Hunger. Das ist gerade erst was gegessen. Mann, da. Hm. Ich habe einen. Ja, komm, dann machen wir nochmal einen. So, können wir hier nochmal irgendwas machen? Ne? Jemand hat versucht, das gedacht, in unser Haus einzubrechen. Na. Alles klar Äh Oh, passt, ne? Oh, warte mal, was? Ah ne, da hinten passt es ja Genau, da gehen wir irgendwie nochmal hin So, Bett schlafen, Bett schlafen, Bett schlafen Passt, so, wo waren wir denn jetzt gerade nochmal? Waren wir hier? Ne, vor 10 Tagen 3 Tagen? 8 Tagen? 6 Tagen? Wo war ich denn gerade? Ah, geblühmte Tankstelle, genau, da war ich Ja, kurz mitnehmen Oh ja, nix Nö, los Holen wir da mal den Rest Was muss wir brauchen Ah So, nein, 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 nein Ah, halt Nup, da haben wir alles Ich glaube, die Teile waren der größte Größte als oben, ne? Auf jeden Fall mal hier alles mitnehmen Und dann werde ich dann nach oben verschabeln oder so Hm Habe ich es daher übersichtlich, wenn ich nochmal hier reingehe Dann werden wir hier draußen machen oder was, ne? Nein Nein Dein Upp Okay Naja Ne, zum ersten Mal nach wie vor ist es mal genug Jupp Na Dann wird es eigentlich gut hinhauen, dass wir da wieder was machen können Okay, warte, dann fliegt der hier nochmal raus Das auch Leute, Kräuter, Medizin Die fliegen auch raus So Läuft Ja, überall vierer Stacks, überall zweier Stacks Das ist eine 1, halt Ja gut, scheiß drauf Und raus Ja, so langsam kriege ich es dann glaube ich mal hin, ja Dass ich wieder der Iskar-Wer wieder was beibringen kann Für die eine Trophy Aber das ist komisch, echt Das sind jetzt schon Mehrere Tage Und ich kriege hier und ich kriege hier die Bund für das Leben Schauf ich nicht hin, ne? Äh Hm Warte mal Sehr hungrig, okay So, warte mal, dann kriegst du jetzt Nein So, jetzt aber So viel können die dann schon So, jetzt kann ich auch gleich den Wasserfilter rein klatschen So Na gut Schauen wir kurz mal hier Nice, Kräuter Garten können wir uns auch machen Gut Gut Warte mal Warte mal Weil ja Gott, ich glaube nicht, wir brauchen nicht, dass ich es doppelt mache Ja Gott Dann mach mal So, aber zumindest schon mal wieder das Äh 200.000 habe ich Also down, ne? Logischerweise Ja 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 genau, Thomas Ja Ja Ah Ah Der Händler Gut, es trifft sich eigentlich dann schon mal mehr oder weniger gut Änder zwei Waffen Die haben wir uns auf jeden Fall mal weg Äh Näh Weißt nicht, dachte ich mir jetzt Sehr gemütliches Zeug Äh Nope Moment Das weg Alles klar Äh Jo Ich bin Telekom Bin ich Wat So, das habe ich auch Nachteil Hahaha Was Oh meine Ist nice Hm Ah ja Hahaha Nice Nach acht Tagen Oh Mann Ruf doch mal an Hm 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 Telekom Bäh So, Bretter, Teile Wer hat es gedacht So Ah ja Guck mal Das kann man hier beibringen Das ist auch nur Düngemittel Und Kräuter Okay Äh Ja 25.000 hätte ich ein Problem Was Stream hier treffen würde Weil das hier Wurde nicht reichen Äh Und die Trophäen wir noch nicht So, bringen wir das hier mal bei Höp Jut Das läuft Hä Achso Ja komm Das war nicht so traurig Besser reden wir mal mit dem anderen hier Beim Internet kann ich nicht mal Shareplay benutzen Höp 60k Ja Da hast du recht Das geht nicht Hm Hm Na ja Mir reicht das mal So Machst du jetzt das Ding fertig Jupp Ja Das haben wir Und das hier mal noch Ah 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 Servus Juk Ich glaube mal ist aber ich nur noch den Schnapsbrenner Mal irgendwann Hm Hm Okay, nice. Nee, reicht auch nicht mehr. 14,8. Ich kann doch bestimmt noch mal irgendwas hier tauschen oder so. Wenn der jetzt überhaupt noch so viele Teile hat. Was hat denn der noch? 15. Okay, wenn ich jetzt mal alles nehme. Äh, nee. Oh, nee, warte. Nein. Alles klar. Ah, Mensch, Mädel. So. So. Was hatte ich da jetzt hier gehabt? Was war denn noch mal? Ach, das Zeug. Genau. Gib mal rein, Alkohol. Ja, komm. Ah, Destillateur. Höher. Daum hätte ich zwei Plätze. Da und auch. Nee, in das Spielzimmer kommt kein Alkohol. Dingens. Wäre aber nice. Ja, komm. Gut. Der läuft. Hm. Moment. Moment. das war hier für noch mal ach so ja genau so ein thermometer ding ja das ja dann mach mal was ich verkaufe handys schnapps das mal noch genau fix abwarten bis da unten fertig ist wofür ist das gut da kann man das ja weibringen oder das habe ich schon mal geguckt ich glaube ich jetzt echt mal hier ans reisebüro einfach mal so spaßes halber mal gucken was hier passiert soll man das hier sicherheitshalber alles mitnehmen und los so mein handy ist fast von 2013 hält noch bis jahr 35 ist also nicht mal zu lange ein jahr und ein monat dann war es das also kannst du ja ein handy kaufen vorliegen ja konkret verlassen gefallen war nur das hier verstecken so Hä, was ein Riesenreisebüro. Nope. What? Rechne mal aus, wir bauen ja 83. Hä, 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 hä. Äh. Okay, und da wäre dann stehlen. Wäre natürlich schlecht. Oh, da weitestgehend haben wir ja alles jetzt. Und der riecht nicht runter? Anscheinlich. Alter, der Tag steht dann irgendwo falsch. Was? Kann nicht sein. Also ich glaube, ich kenne meinen Geburtstag. Glaube ich. So ein bisschen. Einmal irgendwo was darüber gelesen. Äh. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Dum, ba, dum, bum, 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 bum. Ja, fast die Hälfte, ne? Und das schaut bisher echt ganz gut aus. Ja, das könnte sein, dass ich irgendwann mal hier das Alter dann hingeschrieben habe, ne? Ne, Exing kann auch nicht sein. Weil Exing war ja mein Geburtstag. Also ganz genau, ne? 30.86. Ja, 83. Ist ja auch leicht verletzt. Ja, okay. Kommen wir uns ja nicht mehr da drum. Mein leicht verletzt ist ja eh noch relativ egal. Tjo, also wenn er muss ich es irgendwo direkt mal reingeschrieben haben. So ist ja so händisch 32. Dann aber logischweise zählt es ja nur, weil da steht immer dran hier, wann die Seite erstellt worden ist. Oder halt hier der, der Bericht, whatever. Steht ja Zeitstempel dran, ne? Und dann logischweise überlegen und so. Dann kommt man selber meistens drauf hier, dass es von wegen... Ach, das war ja letztes Jahr. Dann natürlich kommt es hin, ne? Weil stell dir vor, letztes Jahr war ich noch nicht so alt, wie ich dieses Jahr werde. Das ist Wahnsinn. Das ist Hammer. Pure Mathematik am Abend. Ne. Ne. Wo ich den Schmarrn mach. Das ist Hammer, lieber. Kann ich nicht irgendwas hier... Ja, das würde jetzt gehen. Hm. Braucht aber total viel. Ich hab dich ja auch lieb. Ja. Nein. 30 und 15. Gut, die Brauchholz. Jene Menge. Shit. Warte mal, die hat doch jetzt hier irgendwo... Wo haben wir denn den hingestellt? Ah, da. Aha. Da, ja, noch rum. Naja. Warte. Okay, warte. Vielleicht verletzt. Traurig. Ja. Schickt man die ins Bett. So. Du bist auch sehr hungrig. Komm, nimm. Immer dieses Aufleveln von diesen hier... Gegenständen hier. Gut. Der noch. Aber wir gehen jetzt wieder eine Runde durch, ne? Warte auf jeden Fall... Jene Menge Holz noch. So, dass du jetzt alles leer gefressen hast. Oh, oh. Ist die Falle da unten da auch nichts drin. Gut, würde ja nichts bringen, ne? Na, hilft nix. Ich brauche nochmal irgendwas mit Lebensmittel. Sonst habe ich jetzt da wieder ein Problem. Boah. Ah, komm, leg dich hin. Dankeschön. Ja. Äh, nein. Der ja. Genau. Hm. Ja, die bombardierte Schule, ne? War das die mit Säge? Ich hoffe nicht. Boah, ich kann mir das echt nicht merken. Wahnsinn. So. Los. Ab in die Schule. Wobei. Hm. 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 Äh, die wartet nicht. Ah, halt. Können wir gleich nochmal ganz hoch. So. Öp. Genau. Also wenn ich ja noch 15 Holzbretter brauche, sind es ja theoretisch hier siebeneinhalb Stapel. So, und ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Also theoretisch eins. Oh, halt. nochmal kurz hoch. Der Oben hat vergessen. Das Häufchen hier. Ah, ich bin eigentlich hier. Eigentlich ja... Irgendwas zum Essen, ne? Scheiße. Nope. Ah. Näh. Das, doch, das war da unten auch nochmal mit Zäge. Ach, scheiße. Ah. Ja, ja. Wo gab es denn hier was zum Essen? Nein. Halt. Auf jeden Fall hier kriege ich genügend Materialien hier für meine Upgrades. Also Schule ist gut. Hm. Freue auch nicht. Jo, wir klauen es echt nicht so gut hier. Na? Ah, Kühlschrank. Kühlschrank ist gut. Oder auch nicht. Wasser. Ach, kommt schon. Da. Ob ich ja dann das eine Brettchen jetzt auch noch mitnehmen kann, dann habe ich es voll. So. Alles klar. Abflug. Hier muss ich nochmal rein. Die Resinenmatz holen. Und zwei Sägen. Das heißt, ich gehe definitiv jetzt mal auf die verbeusterte Werkstatt. Oh, das bringt auch's bei. Ist gerade alles bei. Oh. Ah, schwierig. So. Jetzt kriegt er bestimmt eh gleich den Status am Verhungern. Hm. Jupp. Die Hälfte. Die Hälfte. Ja, auf jeden Fall irgendeinen Status hat der. Nacht war ruhig. Ah ne, doch nicht. Immer nach wie vor immer sehr hungrig. Passt. Ist immer noch nicht verletzt. Pff. Also irgendwann müsste ich ja mal hier das Ding hinkriegen. Ja, mit der Trophy da. Ah. Der Bier. Äh. Jupp. Was gibt's Neues, Schatz? Oh. Alles klar. Jetzt will's da hin. Ach so. Hm. Ja, wusst. Oh. Ja, komm. Ah. Der muss jetzt warten. Ja, ne Tür. Keine Sorge. Das kriegen wir wieder hinten. Genau. So. Tag. Äh. Äh. Von der Sohn nach Hause zurück. Von ihm braucht halt nichts Bandagen. Die sind mir ausgelangen. Hätten sie welche übrig. Äh. Hm. Okay, Moment. Wie viele Bandagen haben wir denn? Zwei. Zwei. Ja, komm. Sind wir also sozial, wa? So. Du, ich sitz aus mir, wat? Läuft. So. Äh, nein. Das hier. Okay. Dann machen wir jetzt auch mal die zwei da halt. Ja. So, was macht sie jetzt? Umstehen garantiert nicht. Oh. Okay. Haben wir gar nichts. Oh, das heißt, da gehen wir dann nochmal zur Schule. Mit den Sägeblättern. So, noch kurz das hier reinschmeißen. Genau. Ah, das ist da hinten rödelt immer noch rum. Ja. Teil hier in Bretter. Ja. Gut. Ja, jetzt darf es noch nicht passen, ne? Der pennt. Der ist nur hungrig. Warte mal, was ging denn da? Das ist eigentlich grad. Ach so. Essen geben. Gut. Dann hat es sich erledigt. Da haben wir zwei. Da haben wir zwei. Dann noch eine. Der kleiner von Möbeln oder Leuten. Ich bin früher auch mit Sägeblättern zu schütteln. Ja gut, zum Werkunterricht oder sowas vielleicht, aber. Sonst ja wahrscheinlich ja nicht, ne? Ja, bombardierte Schule, plündern, Bett schlafen, Kind schlafen, Bett schlafen. Ja. Ist immer noch eine Menge Materialien, eine Menge Medikamente. Ja. Alles klar. So. Die Sägeblätter, ne? Sicherheitshalber noch einen Dietrich mitnehmen. Man weiß es ja nie. Richte sie auf jemandem, dem du wehtun möchtest. Oh man. Ja. Pistole kann wehtun, wenn sie trifft. Gott. Also, hier kommen wir ja eh noch nicht rein. Jetzt gehen wir aber gleich direkt straight darüber. Moment, hier habe ich noch irgendwas, genau. Liegen lassen. Fast. War hier auch noch irgendwas? Nö, Gott. Genau. Wenn die Schultür mal wieder zu ist. Ah. So wie da jetzt, ne? Höp. So. Was haben wir hier? Wow. Ja, komm. Die beschädigt Schultflinte nehmen wir mal mit. Jemand hat dieses Mädchen erschossen. Hm. Äh, schlecht. Äh, Schmann. So. So. Auf jeden Fall meine ich mal diese Shortcut hier offen. Wobei ich ja eh nicht wirklich glaube, dass ich den noch groß brauche. So, jetzt hier ohne ich nochmal sowas ähnliches. Hä? Hä? So, jetzt haben wir zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Hm. Ah. Ne, komm, lass uns das jetzt mal weg. Das auch. Gott. Und die zwei noch. Jo. Haben wir auf jeden Fall wieder was. So, Moment. Aber war hier nicht nochmal irgendwo. Eine Tür zum Aufsägen. Äh, doch die. Alles klar. Das ist echt schade, dass das Sägeblatt abbricht und die Show will zum Beispiel nicht. Oh, da muss ich ja auch stehlen. Gemüse viermal. Passt. Endlich wieder doppelt der Flaschration. Wobei, bis der jetzt wieder durchrennt, aber bevor der da durchrennt, mal hier ganz kurz das Päuschen. Weil, Energie wird wieder raus. Ja, ich sag mal, bis gleich. 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 Ich sag mal, bis gleich. Das war's. 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 Das war's.